Ein Billig-T-Shirt aus Baumwolle. Für 4,99 Euro hier in Deutschland gekauft. Aber angefangen hat sein Weg ganz woanders. Erste Station, der Anbau der Baumwolle. Die drei größten Produzenten sind Indien, China und die USA. Das Material für unser T-Shirt stammt aus der Türkei, dem sechstgrößten Baumwollproduzenten weltweit. Kinderarbeit ist dort zwar verboten, auf den pestizidverseuchten Baumwollfeldern aber an der Tagesordnung. Mein Traum war es, Ärztin zu werden. Das hatte ich mir sehr gewünscht, zur Schule gehen zu dürfen. Aber ich bin sehr traurig darüber, dass sich dieser Traum für mich nicht verwirklicht hat. Beim Anbau von Baumwolle werden reichlich Pflanzenschutzmittel gespritzt. 16 Prozent aller weltweit eingesetzten Insektizide landen auf solchen Feldern. Auch der Wasserverbrauch ist enorm. Für die Produktion des 250 Gramm schweren T-Shirts wurden rund 2300 Liter Wasser benötigt. Und das hat Folgen für die Umwelt. Bekanntes Beispiel ist der Aralsee. Einst einer der größten Seen der Erde hat er in den letzten Jahrzehnten über 90 Prozent seiner Größe verloren. Wegen der Baumwollindustrie. Von der Türkei wird die Baumwolle nach Südindien transportiert. Hier wird das Garn für unser T-Shirt gesponnen und daraus der Stoff gewebt. Die Verhältnisse vor Ort sind moderne Sklaverei. Junge Frauen und Mädchen aus armen Familien, die meisten minderjährig, arbeiten um die 14 Stunden. Für einen Hungerlohn. Die Reise geht weiter. Nach China. Dort wird der Stoff gebleicht oder gefärbt. Die eingesetzten Chemikalien werden oft ungeklärt in die Flüsse geleitet. Bis hierhin haben Anbau und Produktion unseres T-Shirts etwa 230 Gramm Chemikalien verbraucht. Die nächste Station, das Nähen. Das passiert in Bangladesch. Die furchtbaren Arbeitsbedingungen dort kamen 2013 ans Licht. Die mehrstöckige Nähfabrik Rana Plaza brach zusammen. Über 1100 Menschen starben. Viele Fast-Fashion-Hersteller versuchen seitdem, ihr Image aufzubessern. Tatsächlich ist einiges passiert. So sind die Gebäude sicherer geworden. Aber trotz aller Bemühungen, immer noch werden Arbeiterinnen ausgebeutet. Auch in Europa existieren Textilfabriken mit miserablen Sozialstandards. In Italien, Rumänien und anderen Billiglohnländern. Dort fertigen auch Luxusmarken und viele deutsche Unternehmen. Für unser T-Shirt geht es von Bangladesch weiter nach Deutschland. Und nach insgesamt knapp 20.000 Kilometern endet seine Reise in einem Klamottenladen. Zu einem Endpreis von 4,99 Euro. In Uganda, in Zentralafrika, wächst Baumwolle für den weltweiten Textilmarkt. Tausende Kleinbauern leben hier von der Baumwollernte. Doch oft ist das Geld knapp. Zu niedrig sind die Baumwollpreise auf dem Weltmarkt. Die deutsche Stiftung Aid by Trade hat es sich zum Ziel gesetzt, den afrikanischen Kleinbauern zu helfen, damit sie ihre Baumwolle besser verkaufen. Im Dorf Kinyamaseke treffen sich die Bauern mit ihren Familien zu einer gemeinsamen Schulung, die zur Hälfte von der lokalen Baumwollfabrik finanziert wird. Die andere Hälfte übernimmt die deutsche Stiftung. Die Bauern lernen, statt teure chemische Düngemittel mehr eigenen Kompost zu verwenden. Und nicht möglichst viele Samenkörner auf einmal auszusäen, sondern immer nur wenige in einem bestimmten Abstand, weil die Baumwollpflanzen dann besser wachsen. All das schont den Boden und vor allem den Geldbeutel. Sie lernen auch, Pestizide nur dann einzusetzen, wenn biologische Mittel nicht ausreichen. Und beim Versprühen der Mittel Schutzkleidung zu tragen. Nicht selbstverständlich im weltweiten Baumwollanbau. Und es lohnt sich. Inzwischen liefern die Bauern in der Baumwollfabrik mehr Baumwolle ab als früher, in besserer Qualität. Um am Cotton Made in Africa Programm teilzunehmen, muss die Firma einiges nachweisen. Zum Beispiel, dass sie die Arbeiter fair bezahlt und ihre Gesundheit schützt, dass Kinder hier nicht arbeiten dürfen und Gewerkschaften zugelassen sind. Die Stiftung arbeitet zusammen mit über einer Million Kleinbauern in verschiedenen afrikanischen Ländern. Abnehmer sind Firmen wie Otto, Chibo, S. Oliver und Rewe. Das Leben der Bauern hat sich verbessert. Früher reichte das Geld nicht für das Nötigste. Heute können sie sogar sparen. Für Schulgeld, Arztbesuch oder die Miete eines Traktors. Früher hatten wir ein schlimmes Leben, weil wir immer so wenig Baumwolle geerntet haben. Aber seit den Schulungen haben wir uns wirklich verbessert. Wir ernten nun viel mehr. So können wir sogar Geld sparen. Wir sind sicher, damit schütteln wir die Armut ab. Wir geben ihr keine Chance mehr. Wir kämpfen die Armut nieder. Sogar eine Schule hat eröffnet. Gegründet vom Ersparten der Baumwollbauern im Dorf. Erstmals lernen hier Kinder lesen und schreiben. Während ihre Eltern auf den Feldern arbeiten. All dies können Modefirmen und ihre Kunden auch in Deutschland unterstützen. Mit dem Kauf von Baumwolle aus Afrika. Es ist ja so schade, dass es jetzt schon vorbei ist. Aber es geht hier weiter. Oder hier. Hier ist eigentlich besser. Weißt du, was noch besser ist? Das hier. Der Abo-Button. Da verpasst ihr nämlich nichts. Und wenn ihr wirklich nichts verpassen wollt, dann Glocke drücken. Die Glocke drücken. Ja, die Glocke drücken. Dann werdet ihr immer benachrichtigt, falls wir was Neues hier gepostet haben.